Was ich da kurz zeigen mag, wir haben es da jetzt nicht mit einer wahnsinns Form von Umweltverschmutzung zu tun, sondern es ist einfach gerade so, dass ganz viele weiß blühende Bäume im Abblühen sind und heute geht auch einmal ein bisschen der Wind. Und ihr seht es, allein in diesem Bacherl, es ist ja nicht so, dass ich die da vorab rede und dann alle in dem Bacherl treffen, sondern eben nur die, die da zufällig reinfallen, wie unendlich dieser Strom am Blütenblättern ist. Und das fließt da hin und fließt da hin. Also wie viele Abermillionen Blüten, dass da gerade blühen müssen, dass das möglich ist, dass wir in diesem Bacherl jetzt diesen Strom sehen. Ich finde genau diese kleinen Seitenerlebnisse auch immer wieder toll, wenn ich das dann doch mitkriege. Herzlichen Dank.